So, und, komm, einmal noch. Ja, das passt jetzt schon. Ähm, gut. Äh, ja, genau, ist klar. Äh, hallo? Äh, ja, ich tue jetzt einfach hier mal auf, äh. Junk-Loading, komm. Hm. Jetzt hat sie Minecraft aufgehängt. Naja, wir sehen uns gleich wieder, bis ich das Problem hingebekommen hab. So, ich hoffe, dass das Let's Play jetzt nochmal wieder unter einem besseren Stern steht. Ich hab jetzt auch übrigens... Ich wollte die ganze Zeit default. Ich hab jetzt übrigens, ähm, den, ähm, den Shade-A-Mod wieder reingetan. Na, jetzt muss ich natürlich wieder alles erst aufbauen. Ja, jetzt gehen wir wieder mal, ähm... Jetzt, ich hab jetzt 25 Minuten aufgehängt. Da haben wir uns schon dreimal abgestürzt, ey. Ja, also irgendwie... 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 Irgendwie, ähm... Wird das nichts. So, jetzt machen wir uns am Leuchtturm weiter, denn da müssen wir ja mal fertig werden. Denn das dauert schon jetzt ewig. Ich hab' die ganze Wolle, ich hab' die ganze Wolle so unten immer. Das dauert schon eine Zeit. Ich hab' diese Bewegungsunschärfe. Hey, ich weiß allerdings nicht, wie man die rausbekommt. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. La, 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 la. Gut, dann arbeiten wir jetzt mit dieser roten Wolle. Da komm ich überall hin, das ist sogar prima. So, und dann so. Das reicht für eine Ebene und das war's dann. Das ist ja schlimm. Toll. Was für eine Ausbeute. Na, jetzt kann ich den Weg wieder weiter bauen, aber das ist einfach... zu zeitintensiv hier. Toll. Ja, sind wir weit gekommen. Gut. Ja, am liebsten würde ich wirklich die ganze Aufnahme-Session in die Tonne kloppen. Das meine ich total ernst. Denn... Das ist... Die Aufnahme-Session war einfach heute schrecklich. Drei Abstürze. Einmal bin ich gestört worden. Und das sind 30 Minuten. Und das sind 30 Minuten. Das ist... Ja, schrecklich. Wir nehmen jetzt noch ungefähr 20 Minuten auf und dann habe ich heute keine Lust mehr. So. Wie? Hallo, es ist Nacht. Ja, dann halt nicht. Ist dir vielleicht jetzt die Nacht genug? Hm. Sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, danke. Schrecklich. Gut. Ach, jetzt ist es schön, wenn hier die Sonne reinscheint. Und irgendwie... Ja, wächst es hier nicht richtig. Also diese Baumform habe ich mir irgendwie anders vergestellt. Denn das ist irgendwie keine richtige Baumform. Da wachsen zwar jetzt ein paar Bäume, aber... Das ist jetzt nicht wirklich... So... Spektakulär. Aber wenigstens ist da hier mal wieder was. So. Was kann man mit Kakao eigentlich anstehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so sinnlos ist er. Äh, so Nutz... So einen großen Nutz noch hat er. Jetzt stehe ich halt an. Hat er, glaube ich, gar nicht. Dieser Kakao... Und diese Kakaobohnen. Hm. Na ja. Gut, ähm. Was machen wir jetzt? Ja, wahrscheinlich wieder... Die scharfe, ähm... Schieren. Gibt mir eure Wolle. Boah, zu viele, zu viele, zu viele. Augenkrebs, Augenkrebs. So, dann. Du noch. Ja, das... Genügt. Ja, das war's dann. So, ziemlich... Ach so, ein bisschen Kürbisse. Das... Dieses Schaf ist doch... Das ist nicht gut. Das ist eine Kuge. Ähm... Gibt mir gerade... Das war's doch nicht scharf. Das war doch wie eine Kuh. Ähm... Gut. Ja, mir fehlen gerade die Ideen, denn... Natürlich kann ich jetzt wieder zum Leuchtturm gehen. Zum dreimillionsten Mal. Aber das bringt's doch gar nicht eigentlich. Wegen diesen... Zwei... Oder wie hier dieser einen... Reihe... Können auch mal wieder Weizen abirren. Das... Würde's aber auch nicht bringen. Ja, komm. Machen wir das mal. Äh... Diese Seerose wollte ich allerdings... Nicht. So. Dann ernten wir das mal schnell hier ab. Und sehen... Geschwind neue Sachen. Ich hab einfach... Eine Idee, wir paaren jetzt einfach... Zwei... Rote Schafe. Dann müsste eigentlich auch ein Rotes rauskommen. Also... Müsste eigentlich, weil Rot und Rot ist rot. Schau mal, vielleicht... Lieg ich da ja nicht mal so... Verkehrt. So, dann... Holen wir uns das noch. So. Gut. Dann kommt das jetzt in diese... Kiste hier rein. Und dann war jetzt... Da brauchen wir ja noch. Lass mich durch. Du und... Du... Du und... Du... Du... Du und... Du und... Du und... Ich hab nichts... Ich hab nichts... Fräglich. Dann... Da vielleicht noch ein bisschen... Du und... Du... Du und... 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 Gut... Ja, mit dem Zaubertisch... Und das sind wir auch noch nicht fertig. Das war 124 oder so. Machen wir das jetzt ein Zaubertisch. Der wir noch gesetzt haben. Ich weiß auch ehrlich... Ich sag gar nicht mehr wie... Ähmm... Bücher hier. Also, ich könnte nochmal wieder Bücher bauen. Denn... Letzs haben wir wieder brauche Bücher. Hm... Oh, bleib stehen. Bleib. So, die kleinen Kühe. Bleib da. Okay. Hallo, hallo, hallo. So, jetzt haben wir. Wie viele kleine Kühe? Drei, okay.